Ja, und hier sowieso. Aber eigentlich dürften die uns keine Probleme machen. Jedenfalls geht man laut Statistik davon aus. Eingenommen, Land verloren, angegriffen. Wir haben kein Gebäude verloren bisher. Ich muss mal ja hier wahrscheinlich auch angreifen, einfach. Den Gelben zurückdrängen. Wie sieht das jetzt hier aus? Sehr gut. So, dann schicke ich jetzt hier eine Kundalus. Jetzt mal gucken. So, hier können wir noch nicht angreifen. Aber hier. Okay. Okay, das scheinen noch die zwei Gebäude zu sein. Und dann war es das. Was das hier oben angeht. Oh, das wir hier jetzt so gar nicht angreifen können. Nervt ein bisschen. Dann würde ich doch jetzt mal... Oh, ist das Bergwerk verbraucht? Das ist unser ganzes Gold. Wo ist... Haben wir noch welches auf Lager? Nee. So... So... Das weg. Wie sieht das jetzt aus? Immer noch nicht. Obwohl ich nicht glaube, dass der uns jetzt nochmal großartig irgendwie angreifen wird. Das Lager müsste mal hier fertig werden. Wo ist es denn überhaupt? Hier. So, jetzt kommen hier oben ein paar Goldmünzen an. Verbraucht. So, der hier tut uns ja erstmal nichts. Vielleicht konzentriere ich mich jetzt erstmal auf den gelben. Oh, ich brauche halt dieses Lagerhaus. Wenn, dann kann ich hier die rausholen. Und kann die hier neu verteilen. Mal diese sinnlosen Glitärgebäude abreißen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch schon den roten mal angreifen. Oder doch den gelben. Ich tendiere ja eher zu dem gelben. Ich glaube, ich mache das mal. Wir speichern. So. Greifen wir hier an. Hier. Hier. Und es war so klar, dass halt hier diese Luschechen kommen. Das war nicht ganz der Plan. Aber dem hier seine Goldmünzen zu nehmen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Abgesehen davon, dass die dann uns wahrscheinlich gehören. So. Kann sich hier erstmal ein paar Geologen holen. die mal suchen sollen. So, hier vielleicht noch ein bisschen Gold abgreifen können. So. Wie sehen jetzt so die Besetzungen? Es geht eigentlich, muss man ja mal so sagen. Vielleicht gehen wir jetzt auch gleich direkt weiter. Lager ist fertig, danke. Eingenommen, eingenommen, eingenommen. Cola, Fischbestände fehlen. So, Cola. Habe ich schon abgerissen. Bergwild habe ich auch schon abgerissen, offenbar. Gold, jawohl, genau das will ich. Das ist meins. So. Das können wir doch hoffentlich mal hier wieder angreifen. Nein. Schade. Können wir wenigstens hier vielleicht jetzt angreifen. Kommt auf jeden Fall einer von dort. Warum kann ich da nicht mit zweien angreifen, verstehe ich nicht. Gold. Sehr gut. Da haben wir es. Sieht das eigentlich hier so aus? Die sind jetzt eigentlich ganz gut. Nein, das hier nicht. So, Lila ist fast runter. Dann der Graue ist aktuell auch nicht so. Der Grüne fehlt. Den haben wir noch gar nicht gefunden. Wo auch immer der sich aufhalten mag. War es jetzt rot? Wird jetzt rot aufmüpfig? Dann können wir da gerne auch mal reinkrätschen. So, das ist unsers. So, dann greifen wir jetzt den noch an. Jetzt müsste es doch dann langsam mal hier gut sein an der Stelle, oder? Jawohl, zwei. Zwei stärkere, hoffe ich. Dann können wir uns hier vollständig zurückziehen. Und erstmal wieder unsere Soldaten sagen, natürlich war es das noch nicht. Hier geht es noch weiter. Und da können wir erstmal nicht angreifen. Gut, das Hauptquartier ist weg. So. Na gut, hier, das dauert offenbar noch ein bisschen. Dann reiße ich jetzt aber das hier schon mal ab. Die müssten ja eigentlich ins Lager finden, ne? Das sollte nicht zu weit entfernt sein. Hoffe ich, dass sie da noch hinfinden. Ich finde es ja nun mal lustig, dass die Soldaten nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Aber die normalen Siedler, die finden ihren Weg ganz von alleine. Ah ja. Soll mal einer verstehen. Was ist denn da? Kohle. Da hat doch eigentlich schon halt die viele Kohlebergwerke. So, gelbe hat auch erstmal Ruhe gegeben. Gut. Kann man leider nicht angreifen. Kann man leider auch nicht angreifen. So, mal sehen. Vielleicht sammelt sich dadurch schon mal ein bisschen was an. Das hier kann ich auf jeden Fall schon mal abreißen. Bergwerkwerke verbraucht mal wieder. Und es fehlt offenbar auch Getreide. Ja. Hm. Hier ist wahrscheinlich noch ganz gut abgesichert. Wie sieht das aus? Nein. Hier unten? Auch nicht. Es sind doch wahrscheinlich nur noch zwei oder drei Gebäude jetzt. Was war denn das mal noch ab? Land verloren. Gut, aber das wird jetzt ja wahrscheinlich abgeschossen. Jawohl. Einer weniger. Und das war ja mal voll daneben gerade. Na gut. Was ist denn da los? Das steht doch so nah dran. Das muss doch eigentlich gehen. So, hier unten geht es jetzt vielleicht auch. Hier können wir mit einem angreifen. Und hier immer noch nicht. Das müsste dann langsam mal das Ende sein. Von dem Kollegen hier. Ich bin jetzt wahrscheinlich fast noch mehr Bornhöfe. bauen. Immer noch eins. So, können wir aber angreifen. Das muss ja jetzt an der Stelle aber wirklich das letzte sein. Hier können wir sogar mit zweien angreifen. Wow. Oh na, obwohl hier... Naja, so viel kann ja nicht mehr sein. So. Wie sieht das hier aus? Vernichtet. Lila ist vernichtet. Sehr gut. Wir haben da Land verloren. Gelb. So, wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir jetzt hier das Zeug abreißen. So. So. So, wie die zurück bei unserer Festung dann sind. Also, dass wir uns bis hier halt... Ich meine, solange die im Lager sind, können die dann auch... ...in die anderen geschickt werden, logischerweise. So. So. Bahnhof ist hier oben. Da kann ich ja hier noch ein bisschen mehr... Ich möchte keine Fahne setzen. Ich möchte das abreißen. Danke. So, dann kommt das hier weg. Und das hier. Und das hier. Hm, ob das jetzt für hier hinten reicht. Ist natürlich nochmal so eine andere Frage, ne? Vielleicht brauche ich einfach hier nochmal ein Lager. So. Na ja, so hundertprozentig laufen tut es aktuell nicht. Aber ich hoffe mal, dass dann jetzt... ...dass bald alles wieder seinen Gang geht. Ah, das ist das Lagerhaus, ja. Das brauche ich noch. Gut, dann müssen wir den Rest erstmal so stehen lassen. Also hier natürlich, das brauchen wir nicht. Gut. Genau, jetzt kommen ein paar von denen hier hoch. Wie sieht das eigentlich jetzt hoch? Hier hinten aus. Immer noch nicht besser. Dann wird es durchs Katapult immer noch reduziert. Ist ja auch nicht so verkehrt. Das können wir dann auch erstmal so dabei belassen. Oh ja, der ist jetzt ausgelöscht. So, militärisch sind wir ja eigentlich allen überlegen. Ich denke mal, der gelbe, das ist der, den wir uns als nächstes hier noch ein bisschen vorknöpfen sollten. Die sind aber eigentlich auch recht gut jetzt hier besetzt. Es ist nicht, sage ich mal, nicht optimal, aber es ist okay. Das ist ziemlich gut.